Heute gibt es für dich ein Video aus dem Bereich Attitude. Theoretisch können wir auch über Investing sprechen, aber ich glaube Attitude passt besser dazu. Worüber möchte ich mit dir sprechen? Ich möchte mit dir über das Thema die Gier der Bankmanager sprechen. Das wird jetzt hier allerdings kein Bank-Bashing-Video, sondern einfach mal für dich eine kleine Klarstellung, was gerade eigentlich im Bankenmarkt auf der Vergütungsebene so losgeht. Der Vergütungsbericht der europäischen Bankenaufsicht hat in den letzten Monaten für Aufschrei gesorgt. Insbesondere, weil die Gehaltsvorstellungen bzw. die Gehaltsumsetzungen der Top-Banker in Deutschland, aber auch im restlichen Europa dramatisch zugenommen haben. Wir haben weit über 490, genau genommen 498 Einkommensmillionäre in den Chefetagen deutscher Banken. Und das ist etwas, was gefühlt so ein Stück weit im Ungleichgewicht liegt zu den Wertentwicklungen der jeweiligen Bankhäuser. Ich möchte dir mal ein paar Beispiele geben, wie sich bestimmte Banken in den letzten zehn Jahren vom Wert her entwickelt haben. Natürlich hat das auch was mit dem Börsenkurs zu tun, den du heute wieder findest, aber grundsätzlich natürlich auch mit einer großen und katastrophalen, dann nennen wir es mal Entwicklung in Bezug auf Missmanagement und dass natürlich Banken den Trend verschlafen haben, sich digital aufzustellen. Nehmen wir mal die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank hat sich in den letzten zehn Jahren mit minus 54 Prozent bei ihrem Wert verhalten. Die Commerzbank ist noch ein ganzes Stück schlimmer. Sie liegt bei minus 64 Prozent im Vergleich zu ihrem Wert noch vor zehn Jahren. Die Uni Credit ist noch ein ganzes Stück schlimmer. Sie ist mit 65 Prozent Minus in ihrer eigenen Kapitalisierung dabei. Die einzige Bank, die ein Stück weit besser performt hat, aber auch im Minus, ist die Royal Bank of Scotland. Die hat immerhin knapp acht Prozent Minus über die letzten acht Jahre zu verzeichnen. Und die HSBC ist mit minus 21 Prozent dabei. Und doch genehmigen sich Banker immer höhere Einkommen, immer höhere Saläre. Das Interessante ist, und das muss man hier mal zusammenfassen, die meisten Banker sind angestellte Geschäftsführer. Sie sind Vorstände oder sie sind Abteilungsleiter direkt unterm Vorstand und verdienen dennoch weit über eine Million Euro. 498 Einkommensmillionäre in deutschen Bankchefetagen. Und das als Angestellte. Und jetzt müssen wir uns mal die Frage stellen, und das möchte ich dir mal mitgeben, in Bezug auf, naja, wo schaffst du denn dein Geld hin? Wo kommen denn die ganzen Euros her, die sich die Bankmanager, aus ihrer Sicht natürlich gerechtfertigt, in die Tasche stecken, obwohl sie maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass diese Unternehmen eine solche Negativ-Performance hingelegt haben? In der Regel kommt das Geld natürlich aus hoch profitablen, hohen provisionsabhängigen Produkten. Das sind beispielsweise vor allen Dingen im Privatkundengeschäft Lebensversicherungsprodukte. Entweder aus Einmalbeitragsgeschäft, das heißt der Kunde hat 100.000, 200.000 Euro und er kauft über seinen Berater ein beispielsweise Lebensversicherungsprodukt mit einer einmaligen Einzahlung, dieser 100.000 oder 200.000 Euro und dann einer ratierlichen verrenteten Zahlung über einen Zeitraum X. Da legst du als Kunde schon mal 5% auf den Tisch, die direkt an die Bank gehen als vereinnahmte Vermittlungsprovision. Die Versicherungsgesellschaft wird natürlich auch nochmal davon profitieren, über viele versteckte Gebühren, die an den Kunden direkt weitergegeben werden, die allerdings die Performance sozusagen schmälern. Und doch wird das Kapital dann wiederum nur sehr, sehr schlecht angelegt. Ein weiterer Themenbereich oder eine weitere Produktgattung ist natürlich das Investmentgeschäft. Die Umsätze mit Investmentfonds steigen dramatisch an, insbesondere natürlich, weil ganz, ganz viele Menschen verstanden haben, dass ihnen das Geld auf dem Girokonto so gar nichts bringt und wir natürlich auch clevere Banken haben, die neue Produkte kreieren, die für die Kunden, nennen wir es mal ein Grundbedürfnis decken, nämlich ich möchte gern in nachhaltige Energien investieren, ich möchte in nachhaltige Geschäftsmodelle investieren, ich möchte natürlich auch vor dem Hintergrund politischer Standards in grüne Produkte, in grüne Investments grundsätzlich investieren. Das ist ja auch alles in Ordnung, nur wird von den Banken natürlich auf der Produktseite dennoch wieder nur ein Investmentfonds zusammengebaut, der wieder mit 5% Ausgabeaufschlag dabei ist. Das ist eine Vergütung, die praktisch überholt ist. Ausgabeaufschlag ist etwas, was du eigentlich nicht zahlen musst. Wenn du beispielsweise bei einem Internetbroker ein ganz normales Investmentdepot hast, zahlst du da in der Regel gar keine Ausgabeaufschläge. Aber die Beratungsdienstleistung deines Finanzberaters ist natürlich eine, naja, wie gesagt eine Dienstleistung und die lässt er sich mit diesem 5% Ausgabeaufschlag vergüten. Du kannst natürlich auch ein universelles Investmentportfolio als vermögensverwaltende Fondanlage kaufen und bezahlst nur 3% Ausgabeaufschlag, aber auch diese Ausgabeaufschläge beruhen natürlich auf deiner Zahlung. Ja, und da kommt natürlich provisionslastiges Geschäft hinzu. Darüber hinaus verdienen Banken unglaublich viel Geld im Bereich der Ratenkredite. Du weißt, ich habe mal ein Video dazu gemacht, ob das wirklich sinnvoll ist, Ratenkredite aufzunehmen, um sich Konsumwünsche zu erfüllen. Aber was steckt hinter Ratenkrediten, wo eine Bank gutes Geld verdient? Ich kann dir sagen, die Ratenkredite haben momentan Laufzeiten zwischen 12 Monaten und teilweise 120 Monaten, also bis zu 10 Jahren Laufzeit. Wenn du dir jetzt zum Beispiel die Zinslandschaft anschaust, dann zahlst du als Bank sozusagen auf jeden Zinssatz, egal ob der 3 Monate Laufzeit hätte oder 10 Jahre Laufzeit hätte, definitiv Minuszinsen. Das heißt, die Refinanzierung der Bank auf der Kreditseite ist richtig, richtig günstig. Aber an die Kunden werden Zinssätze zwischen 3 und 4 Prozent weitergegeben. Wir reden jetzt mal nicht von diesen ganzen kleinen Fintech-Anbietern, die dir sehr günstige Kreditkonditionen anbieten, sondern wir reden hier tatsächlich von Geschäftsbanken, wo natürlich auch die Manager dahinterstehen und gutes Geld verdienen. Was du aber bei einem Ratenkredit neben den 3 bis 4 Prozent in aller Regel auch hast, ist, dass du ein Gespräch in der Abschlussphase hast, wo dir der Banker eine sogenannte Restschuldversicherung verkauft. Und die Restschuldversicherung, für dich natürlich ein Sicherungsmechanismus, falls du mal arbeitslos wirst oder falls du nicht Geld bezahlen kannst, dann wirst du von dieser Restschuldversicherung aufgefangen. Und diese Restschuldversicherung kostet richtig Geld. Und dafür bekommt die Bank vom Versicherungsunternehmen, was diese Versicherungsleistung bereitstellt, natürlich auch wieder eine fette Provision. Ich möchte damit übrigens nicht sagen, dass es eine Bank nicht verdient hätte, Provision zu bekommen, sondern die Frage ist, wer bedient sich denn aus diesem Topf? Und das betrifft jetzt mal so die gesamte breite Masse der Kunden im Privatsektor, im Privatkundengeschäft. Wo verdient eine Bank noch gutes Geld? Natürlich im Unternehmenskundengeschäft. Da werden Investitionsfinanzierungen gestemmt, da werden Kreditkarten gebaut, die du als Unternehmen nutzen kannst, an deren Provisionen oder an deren Umsätzen Banken natürlich auch wieder gutes Geld verdienen, bis hin zu Beratungsdienstleistungen im Investmentbankinggeschäft. Das ist wiederum ein sehr interessanter Geschäftsbereich, weil da ganz viel Geld zu verdienen ist, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ein Unternehmen gerne ein anderes Unternehmen kaufen möchte und dieser Kauf praktisch nur durch eine Investmentbank sinnvoll begleitet werden kann, weil da unglaublich viele rechtliche Hürden dabei sind, unglaublich viele, nennen wir es mal auch zahlentechnische Sachen zu klären sind und das macht in der Regel eine sogenannte Mergers- und Acquisition-Abteilung in einer Bank, dort organisiert im Investmentbanking. Natürlich werden im Investmentbanking auch strukturierte Investments zusammengestellt, wie Schuldverschreibungen, die sich von der Verzinsung her an einem Währungspaar orientieren oder wo meinetwegen eine sogenannte Option dahinter liegt, die wiederum der Käufer dieser Anleihe selbst verkauft und dafür eine Prämie erhält und viele Dinge mehr, da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen. Fakt ist, dass diese ganzen Produkte mit sehr hohen Provisionssätzen versehen sind. Das ist etwas, was eine Bank verdient. Das ist übrigens deren Geschäft. Allerdings haben Banken in den letzten Jahren dramatisch verschlafen, ihre eigenen Geschäftsmodelle so auszurichten, dass sie in einem Wettbewerb gegenüber den immer wieder neu auf den Markt kommenden Fintech-Unternehmen überhaupt bestehen können. Ich habe dir in dem Video, wie man ein Unternehmen gegen die Wand fährt, mal erklärt, was zum Beispiel die Commerzbank in den letzten 15 Jahren verschlafen hat, nämlich sich richtig auf Digitalisierung einzustellen, ihr Filialnetz auch so auszurichten, dass sie tatsächlich nur noch Kerndienstleistungen da anbietet, weil die Majorität der Kunden, die Mehrheit der Kunden natürlich online basiert Geschäft macht. Das ist übrigens das, wo den Banken momentan ganz viele Kunden weglaufen, weil sie hingehen zu Fintech-Anbietern, zu Anbietern, die ihre Bankdienstleistungen über eine App verkaufen, was total entspannt und unkompliziert ist. Wie gesagt, wir reden hier nicht von Banken-Bashing, wir reden hier aber mal davon, wie verhält sich das Management eines Unternehmens, was eingekauft ist mit bestimmten Vertragslaufzeiten, meistens sind das so fünf Jahre, die ein Vorstand berufen wird und dann wird neu verhandelt. Was ist das für eine Selbstbedienungsmentalität am Kunden? Und das insbesondere noch vor dem Hintergrund, und da gibt es demnächst noch ein Video dazu, wie sich Banken jetzt verhalten an ihren Kunden, indem sie einfach Kunden rausschmeißen, wenn sie nicht bereit sind, Gebührenerhöhungen, die die Bank, naja, weil sie halt nicht genügend Geld verdient, jetzt versucht durchzusetzen. Aber dazu mehr in diesem anderen Video. Wichtig ist mir, dass du mal verstehst, wenn du praktisch ohne finanzielle Bildung in ein Bankunternehmen gehst, dann wirst du definitiv, wenn du nicht gerade Grundbedürfnisse da eindecken willst, wie ein Girokonto zu haben, eine EC-Karte zu haben, im besten Fall vielleicht sogar noch eine Kreditkarte zu haben, wobei da gibt es auch wieder viele andere Anbieter, die dir eine Kreditkarte günstiger anbieten und da sogar noch irgendwelche Bonusprogramme da hinten dran haben. Bei einer Bank hast du das in der Regel zusammengedampft auf irgendein Versicherungspaket für Reisedienstleistungen oder ähnliches. Wenn du bei einer Bank nicht nur Kerndienstleistungen eindeckst, die du für dein tägliches Leben brauchst, sondern wenn du bei einer Bank auch Produkte eindecken willst, die was mit deiner Finanzplanung zu tun haben, die was damit zu tun haben, dass du Vermögensaufbau betreiben willst, die was damit zu tun haben, dass du deine Familie absichern willst, dann musst du wissen, dass da ganz, ganz viel Geld fließt an Provisionen und in meiner Wahrnehmung halte ich es für nicht vertretbar, dass ein Management sich selbst natürlich auch richtig dicke Gehälter zahlt, wenn doch das Gesamtgeschäft in den letzten Jahren dramatisch nach unten gefahren wurde. Und das kannst du beispielsweise vergleichen mit der Selbstbedienungsmentalität der deutschen Politik. Wie oft haben wir in den letzten Jahren in absoluter Regelmäßigkeit Diätenerhöhungen deutscher Politiker gesehen? Das Spannende in der Politik ist, dass natürlich Opposition und Koalition immer in einem Kampf miteinander stehen. Dafür gibt es dieses System in einer demokratischen Regierung natürlich. Aber wenn es darum geht, dass die Diäten angepasst werden, also die Vergütung der Berufspolitiker, dann haben die alle kein Veto. Dann sagen alle, natürlich stimmen wir dazu. Wo kommt das Geld her? Es kommt aus dem Steuertopf. Also mein Geld, dein Geld wird praktisch dazu auch verwendet, die Diäten der Politiker zu fördern. Und das Interessante ist, sie werden mit diesen Diäten natürlich aktuell gutes Geld verdienen und sie müssen noch nicht mal eine wirkliche Leistung erbringen. Sie müssen nicht liefern. All das, was man verspricht, müsste man ja auch halten. Deswegen ist es natürlich auch hier an dieser Stelle eine sogenannte Selbstbedienungsmentalität. Ich kann durch Gesetzbeschluss, durch parlamentarischen Beschluss herbeiführen, dass ich als Politiker mich aus dem Steuertopf bediene und mein eigenes Gehalt festlege. Und so funktioniert es in den Banken praktisch auch. Ich persönlich halte das für einen sehr gefährlichen Weg, weil es natürlich mir als Bankkunde ein ganz komisches Gefühl gibt, wenn einerseits der Wert des Unternehmens regelmäßig nach unten gefahren wird und demzufolge ich als Investor, falls ich Aktien besitze, über die letzten zehn Jahre mit so einem Investment überhaupt keinen Spaß hatte und ich auf der anderen Seite sehe, dass das Management sich nach hinten raus regelmäßig die Gehälter erhöht und ich mir die Frage stelle, Moment, als Investor kann ich das nicht verstehen und als Kunde kann ich es im besten Fall auch nicht verstehen, denn warum soll ich permanent dafür bezahlen, dass das Management einer Bank sich regelmäßig die Gehälter erhöht? Beispielsweise nach der Finanzmarktkrise wurde durch staatliche Intervention in verschiedenen Banken, die Hilfe nötig hatten, das Management auch dahingehend ausgerichtet, dass das Gehalt mit einer Obergrenze limitiert war, dass der Vorstand erst dann wieder die persönlichen Gehälter nach oben anpassen konnte, wenn die Unternehmen in einer sogenannten Turnaround-Phase waren, das heißt, wenn sie angefangen haben, wieder produktiv zu werden und vor allen Dingen profitabel. Das Spannende ist aber eben leider, dass man ab 2008, 2009 eben immer nur die jeweilige Jahresscheibe angeschaut hat, hat sich das Unternehmen zum letzten Bilanzstichtag entsprechend positiv verändert und dann wurde neu verhandelt. Ich persönlich, wie gesagt, finde es nicht in Ordnung. Du als Kunde kannst dir jetzt dein eigenes Bild dazu machen. Würdest du dir einfach in deinem Unternehmen das Gehalt erhöhen, wenn deine Leistung schlechter wird, wenn du weniger Kunden hast, wenn du am Ende des Tages, um den Umsatz zu machen, deine Kunden übervorteilst, macht das einen Sinn? Falls nicht, dann weißt du, dass du eine Entscheidung treffen kannst. Ich persönlich habe meine Entscheidung getroffen, aber muss jetzt nicht für dich gelten. Ich möchte mit diesem Video einfach mal den Blickwinkel für dich mal schärfen, worauf muss man mal achten, insbesondere, wenn man natürlich mit Finanzen noch nicht so richtig ausgebildet ist und nicht so richtig weiß, wie man sein eigenes Portfolio baut, wie man sich unabhängig von diesen Dienstleistungen macht, die mit einer hohen Provision einhergehen und dann doch wieder bei den falschen Leuten landen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine großartige Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.